So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ganz einfach. Super coole Überraschung. Wo steht das Wort Wundertüte oder Tüte? Super coole Überraschung. Tüte. Super coole Überraschung. Für 4 Euro. Genauer gesagt 3,99 Euro. Hm, 44 Kets. Zwei süße Extras. Zwei coole Magazine. Also die Magazine und das Extras ist eine Wundertüte. Aber da hat sich wohl jemand gedacht, Wundertüten gibt es so viele. Schreiben wir es einfach mal nicht drauf. Oder aber wenigstens, weil das ja eine Tüte ist. Hätten so ruhig Tüte dahinter schreiben können. Aber nein. Es ist einfach nur super coole Überraschung. Hey, ich freue mich. Nein, und deswegen nur eine Tüte. Weil ihr seht schon, es ist so viel dabei, was in so vielen anderen Magazinen drin. Wenn das hier, wenn Benjamin Blümchen, das hier, Bibi und Tina und so weiter. Bloß ein anderes Design. Deswegen wirklich nur eine einzige super coole Überraschung. Tüte. Für 4 Euro. Aber wer sie kennt, schreibt es bitte für mich und aller anderen Zuschauer. Natürlich in die Kommentare. Ist die cool? Ist die nicht cool? Ist die weiter zu empfehlen? Ist die gut? All das. Und natürlich hattet ihr was anderes drinne, wie ich jetzt gleich drinne haben werde. Aber ich mache sie mal auf. Wie gesagt. Super coole Überraschung. Ohne Wundertüte. Ohne Wundertüte. Einfach nur Überraschung. Ja, und Überraschung ist das schon alleine, weil ich sie nicht aufkriege. So, kommen wir jetzt zu das erste Magazin. Und das erste Extra. Die Rückseiten, die sind alle gleich. Fast in jedem Magazin halt. Und vorne dran ist... Tada! Äh. Ah! Coole Katzen. Hey! 44 Cats. Nummer 1 Magazin. Mit einem Fotoapparat. Ja, das ist aber kein Fotoapparat. Den kenne ich noch von früher her. Da sind eigentlich so runde Bildscheiben, die man reinstecken konnte. Weil ich sehe es nämlich gerade hier. So, ich versuche es nur jetzt für euch. Na, aber das geht wohl nicht so richtig auf. Seht ihr das? Es dreht sich auch nicht. Also, ein Zeichen. Da, das ist das selbe Bild. Das heißt also, der ist defekt oder kaputt. Aber nichtsdestotrotz. Es war eine super coole Überraschung. Hey! Kommen wir jetzt zu das zweite Magazin und zu das zweite Extra. Oh! Oh! Das Magazin ist eingepackt. Ist ja eine limitierte Karte dabei. Scherz beiseite. Es ist schwer. Es ist... Tada! Ah! Jetzt weiß ich, warum es eingepackt ist. Ja, falls nämlich die Konsole kaputt geht, da ist nämlich Wasser drin. Dass sie nicht ausläuft. Und sich dann die Zeitschriften wieder beschweren. Ja. Ja, die sind nie richtig eingepackt. Und die gibt es auch schon wirklich in so viele fahrische Mickey Maus. Benjamin Blümchen. Und so weiter und so fort. Sie gibt es wirklich schon so oft. Seht ihr hier? Oh! Ein Blauer ist sofort drin geblieben. Ja. Oh! Muss man es wirklich haben? Ich glaube, das ist eine PSP. Formals. Naja. Sie war dabei. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt ihr mir doch jetzt alles in die Kommentare. Wie ihr die super coole Überraschung fandet. Das ist wichtig. Wie fandet ihr denn die super coole Überraschung? Hm. Ich nicht besonders. Aber das ist meine Meinung. Ihr schreibt mir eure Meinung. Aber nichtsdestotrotz. Ich versuche mal was von Katzen unter das Video zu verlinken. Irgendwas von Katzen finde ich bestimmt. Aber nichtsdestotrotz. Schreibt immer jetzt eure Meinung. Eure Kommentare. Auf jeden Fall. Und das Video. Und das aller wichtigste ist natürlich. Bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu. Los. studio.